ja mein terraria hat sich geschlossen leute wir sehen uns gleich wieder bis gleich ich kenne dieses gefühl erstellt kam in error terraria bla 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 irgendwas ich hab keine ahnung schon richtig geil und ja wir können schon so gut wie ich jetzt jetzt gleich noch mal also wir haben eine goblin army die das haus verteidigt ja das haus angreift so dass das haus angreift und uns dort gilt genau da das ist ein tank super moment moment hinterher oder kommen so viele von alter verdammte scheiße mann dieses diese komische ding da ist eh nicht op ne ich würde mal sagen meine streitkolben ist nicht op überhaupt nicht das ist das jetzt ja meine goblin armee da habe ich doch gesagt die greifen uns einfach an die kommen nach der zeit einfach so sobald wir den ersten boss besiegt haben kommen die jetzt bogenschützen magier tanks das sind die in den fetten rüstungen mit 110 leben wo bist du da mal kurz im roten äh schild ja ich bin gerade dabei alle zu ordnen mach grad richtig viel owning oh magier ich darf das schon sagen und wie geht es dir so mhm geht ich hab schon so das meiste abgewährt von der armee warte hallo ja andererseits sind sie auch schon draußen nur weil das geil wäre als er in einem update so heilige items das wäre schon geil oder heilige items definiere heilige items das wäre das was von einem schatten stufe man kann sie die bälle wo diese zauberer schießen ab werden mit einem schwert da kommen noch so viele hinter dir magier was ist das für ein viech nein das problem ist ich hab gar kein schwert doch du hast noch das tungsten schwert von mir in deiner kiste ah ja aber das macht minus schaden wir haben ja egal ob es noch macht der fibrillator und was geht ah ja ich bin gleich dort nur mal so äh wie wärs mal wenn du dich heilst nur so ein vorschlag ich hab keine heiltränke die hast du mir alle genommen weißt du noch ja danke nein das bohrst ja wieder im haus ne ich war wow 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 nein nein ich muss laufen lauf wow ah es wird eine goblin battle arena ich hab nur noch 20 leben bin gleich komm mit deinem haus ich komm mit deinem haus ich kämpfe gerade vor maus wow wcf alter what the fuck eva ich hab nur noch 23 leben bin gleich tot ja ist egal ich verreck auch die ganze zeit ja nur noch einen wow bogenschütze dieser scheiß bogenschütze nervenübel wo bist du da und hier war der zaubere ich dachte es warst du pvp ist da kein auf ups jan geben doch wo ich habe noch 11 wp doch du scheiße nein du hast gay okay die goblin army ist extrem hart aber es gibt noch stärkere armeen und die schwächste die über ein streitkolben und die alle weg ich mache dann nur mal double und multi multi kulti kills ich habe gerade mit einem pfeil mit einem bogenschuss habe ich gerade so ein zauberer teil abgewehrt alter von der anderen ok das sind richtig viele mein freund oder fliegt erst mal pfeil über unser haus drüber muss überhaupt was mit ihm auch nur übel schaden naja da sind drei bogenschützen koppeln haben erste wehen defeated kill noch die restlichen was koppeln haben jetzt bin die fiete guck mal was war das jetzt ich bin nochmals gleich dort was war das gerade wird er hätte die restlichen noch für die restlichen noch neue bimbo wie ich helfe dir ich habe ja immer noch meine scheiß muskete bis habe ich die nicht eingesetzt hat also ich habe auch noch die muskete ich bin so blöd auch immer erst noch einer am kürz jetzt mit meiner muskete muskete die op 0 der 1 ist gerade einfach dies und wo ich ihn abgeknallt habe ok hier sind doch irgendwo welche guck mal den hier sind doch irgendwo welche was ich höre das doch hier sind noch welche guck mal hörst du die musik noch ja ja wir haben richtig viel geld ne doch nicht wir brauchen waffen und so gut wenn wir glück haben haben wir eine hapune mal gucken wenn du eine hapune hast dann ist es mega geil ich habe 80 stachelbälle ja hier ist noch einer hier ist noch einer ich habe immer noch mal ja das war der letzte ich habe den letzten grad noch gekillt schaust dir an schaust dir an da warst du das ja ist nicht da ausnahm hast du noch gravel oder so also wegen der anderen welt ich wollte schon mal funktioniert du bist so ein tempel machst du da weg wir sollten abstimmen ob es behalten obwohl es ist das schwester das ich habe nein ich bin auch schon ob ich behalten darf bin ich nicht ach komm ich habe letztes mal war ich ja schnell unten wegen welche was geguckt der wegen die 6 check der maschine habe ich nicht aufgenommen zwar vielleicht zwei minuten leute da habe ich was richtig lustiges gefunden warte also ich zeigst du mal guck mal hast du nicht aus einer anderen welt nein das hast du gefunden denn dann habe ich nächste gefunden letztes mal ja da habe ich auch gefunden es ist 1 uhr 13 p.m. oh geil naja wir haben ja jetzt soll ich jetzt mal den ganzen scheiß hier einordnen was wir alles was die alles gedroppt haben und so erst mal diese ich hab da nur achte stachelbälle ja diesen waffen tu die mal da reinlegen nein nicht rumwerfen die bleiben da liegen nein das ist keine gute idee oh geil danke bleiben die da liegen machen die schaden ja die machen schaden wenn die gegner reinlaufen das ist doch gut oh lol was ist denn das für ein lustiger was ist denn das für ein lustiger Helm klingt an zu regnen guck mal was ich für einen lustigen Helm gefunden habe den habe ich noch ach stimmt den habe ich noch in meiner kiste vom letzten mal lol wo denn was auf guck mal hier komm mein Helm an warte jetzt haha what the fuck das ist ein ancient ironhelm ein uralter eisenhelm geil ok e und ich habe eine märle abrufen an war ja bei r ich habe es aber lief ich kann frei letztens eingeblendet in der einen folgenden als es liegt weil ich gehört überlegte sie an der märz von joholter kommt hier meinung geht er ist unwirklich wie krass ist das schien und jetzt kommen die ganzen fliegenden fischern so eine scheiße nachher ja ich kann es so let's get them wir werden jetzt mal wieder ein stings bio umgehen kurz und den it of und den it of worlds noch mal kloppen oder wie nachgucken was das letztens von komisches gelbes gebilde war unter der erde im dschungel das war wahrscheinlich ich will nicht spoilern was ja entweder was irgendwas ich denke mal also das einzige was ich kenne was gelb ist ein neues update ist ein biennest oder eine pyramide ich bin mir aber nicht sicher was es ist ich habe jetzt mal nur irgendwas gelbes gesehen da waren aber so einige zungen oder so keine ahnung muss ich mir noch mal angucken auch wenn wir dass es eine pyramide ist denn das wäre richtig geil ja ich habe mal drauf wir haben halt die arschkarte gezogen und zum bienen ist das wir da gehen wir jetzt im dschungel oder was machen wir ich gehe jetzt diese komische pyramide finden erwarten komme ich mit dir hatte auf mich kloppt man der nächsten folge den it of world ziel euro leider alles ganz läuft und es läuft richtig also warst du das gesehen um einen moment war schnell ich muss nur kurz einen moment nötigen leute sorry ich würde mal sagen wir machen dabei wasserblatt gefunden einen tunnel der let's play movie like und da können wir auch gleich schon ein bisschen spoilern oder soll ich spoilern darf ich spoilern frage mal basti nachher ein mutterschleim zwei mutterschleime komm her ich töte euch mit meinem schwert das ich irgendwo gefunden habe nein ich töte euch ich tötete ich entfliegende fisch we love flying fishes wo hat er nur bräller lehrte nicht sorry hase ja ja spielen ist nicht nur die grafik wichtig die auflösung sondern auch die atmosphäre und ganz ehrlich dieses game hat eine atmosphäre wie kein zweites minecraft so wollen wir eine dschungel sorry wüsten höhle finden wollen wir das nein was wollt ihr dann sand nein ich werde das nicht unterstützen ja interessant was man hier so findet ich sollte mich fragen ob das überhaupt sinnvoll ist was ich da gerade mache aber nichts ist sinnvoll im leben also meine lieben freunde graben wir uns nach unten und es wird nacht und wenn die zombies nach unten kommen dann sterben sie und wir können sie loten hahaha das war mein plan was die kalt sich wahrscheinlich ein ja ja verdammt jetzt kann ich nicht einfach so still sein jetzt muss ich weiterreden und wie geht es euch so ganz gut interessant ich würde mal sagen ja ja ich wollte was sagen habt wieder vergessen so leute ich bin bitte da sorry das schneide ich raus wo ich afk war weil ich wurde gerade angerufen war wichtig wegen heute weil ich aber schnell auf nichts passiert du ich bin gerade auf dem weg in die tiefe heute abo fette lahnparty mit sieben leuten sagte genau wie auf menschen bei mir der lahnparty was meinst du damit ich feiere hier keine auch hier komm her wenn ich mal bei mir ja heute abend fett lahnparty ja ich red grad von orgie und dann redet er von der lahnparty ja ich wurde gerade angerufen der vogel und das war erstens wegen heute abend weil ich muss heute abend noch weg und dann auch noch wegen land hat den dings und so aber egal war eine geheime höhle gefunden kommen darunter schau schau siehst du mich kommen runter das wasser kein problem richtig darauf eine geheime höhle die ist so useless ja ich liebe meine climbing sachen ganz ehrlich das richtig praktisch weil man einfach wieder rauf so richtig mies alter wir müssen ab in den jungle ich finde die wüsten musik so geil alter wo hast du denn dieses komische ding da gefunden ich zeig dir wo das war das war da wo wir gestorben sind das letzte mal im job ach 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 oh regmann für zombie ach 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 das